Dann auch die Engel, die mit der Befragung im Grab beauftragten Engel, und zwar Munkar und Nakir. Sie kommen zu Menschen und fragen ihn, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Und diese Fragen, liebe Geschwister, sind Fragen, auf die man nicht dann erst antworten kann, wenn man sie nicht schon im Leben beantwortet hat. Denn derjenige, der in diesem Leben nicht antwortet, mein Herr ist Allah und meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist Muhammad a.s. und zwar nicht mit einem Lippenbekenntnis, sondern durch das Leben, durch die Tat. Wer dies nicht tut, wird im Grab nicht antworten können, mein Herr ist Allah, mein Prophet ist Muhammad a.s. und meine Religion ist Islam, sondern er wird sagen, ich weiß es nicht. Und deswegen ist die Frage, wer ist dein Herr in diesem Leben? Wem folgst du? Wem gehorchst du? Wem unterwirfst du dich? Hältst du die Gebote Allahs ein oder sind dir die Gebote Allahs egal? Und du folgst anderen Menschen, die etwas anderes sagen außer Allah s.w.t. Und das gleiche gilt für den Islam. Hältst du dich an den Islam? Lebst du islamisch? Und das islamische Leben ist nicht nur das Gebet. Das islamische Leben ist viel mehr. Das islamische Leben ist zu beten, zu fasten, aber auch beim Handel, bei der Ehe, bei der Kleidung, alle Gebote Allahs einzuhalten, auch im Charakter und Benehmen die Gebote Allahs einzuhalten. Und die dritte Frage ist, ist der Prophet Muhammad a.s. für dich tatsächlich dein Prophet? Und auch hier gilt es, den Propheten s.a.w. nicht nur als Vorbild zu nehmen für das Gebet und für die Pilgerfahrt, sondern du musst den Propheten s.a.w. als Vorbild nehmen, wenn du Vater bist, als Vorbild, wenn du Ehemann bist, als Vorbild, wenn man Ehefrau ist, dann muss man sich anschauen, wie waren die Ehefrauen des Propheten s.a.w. als Vorbild für einen Verwandten, als Vorbild für einen Nachbar, als Vorbild für einen Sohn. Und der Rasul a.s.a.w. hat all diese Rollen gespielt. Er war Vater, er war Staatsoberhaupt, er war Verwandter, er war Freund, er war alles mögliche, er war Richter. Das heißt, er hat alle Rollen im Leben gespielt, die der Mensch überhaupt leben kann. Und deswegen muss jeder von uns sich anschauen, welche Rolle habe ich. Bin ich Richter, muss ich dem Propheten s.a.w. folgen, wie er der Richter war. Bin ich ein Vater, muss ich dem Propheten s.a.w. folgen, wie er Vater war. Bin ich Ehemann, so muss ich dem Propheten s.a.w. folgen, wie er Ehemann war. Sohn auch, dann muss ich den Propheten s.a.w. ja auch als Vorbild nehmen. Und so weiter und so fort. Aber einige von uns nehmen sich den Propheten s.a.w. als Vorbild nur in den gottesdienstlichen Taten, also Ibadat, also Gebet. Aber wenn du seinen Charakter dir anschaust, dann denkst du, wen hat denn der als Vorbild, wen hat denn der als Prophet. Oder wenn du ihn siehst, im Benehmen, dann sagst du, also Islam, Prophet, Rasul s.a.w. und hast von anderen Propheten. Und deswegen, man pickt sich nicht raus, was einem eben gefällt, sondern man muss den Islam als Ganzes nehmen.